Hey Leute, mein Name ist allesrechtkommt. Heute spielen wir wieder CS Portable. Keine Ahnung, wieso ich das wieder spielen habe, ich habe mal wieder Lust drauf. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Zombie oder... Ich weiß jetzt nicht. Sollen wir mal gegen Bots spielen? Ja, okay, ich will mal gegen Bots. Keine Ahnung. Okay, auf welcher Map, das ist jetzt die Frage. Okay, ich will jetzt einfach mal irgendwelche an. Oder ich mache einfach so und dann drücke ich. Okay, Sniper Towers, keine Ahnung. So, Loading Map. Ja, ja klar, die Fressung. Mache ich schneller. So, ich weiß jetzt auch nicht, was ich für eine Knarre nehme. Also, oh, wir können jetzt ein Team wählen, aber wir werden jetzt erstmal eine Knarre auswählen. Ich denke, ja, eine Auge. Keine Ahnung. Geos what? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon. Gesundheit. Keine Ahnung. Okay, zeigt mir die Auge. Holy shit, die sieht episch aus. Das ist hier aber auch komisch. Die hat ein Zielvisierpunkt. Hör, wieso sind die jetzt Zombies? Hä? Hä? Okay, ich glaube Zombies gegen Bots und einfach so. Crazy thing, Alter. Crazy thing. Okay, ich habe mein Auge verloren. Wie zum Teufel habe ich die jetzt verloren? Hallo? Gib mein Auge zurück. Ja, ich meine dich, Zombie-Bitch. Das ist richtig. Okay, wir haben unser Auge verloren. Keine Ahnung. Ermorden wir die einfach. Hä? Wie sind die Zombies? Oh mein Gott. Okay, das war ein Zombie-Team. Hä? Ich habe auch Zombie im Team. Hä? Was? Ich kapiere den Sinn des Games nicht. Ja, ich habe einen Typ mehr Mordes. Das ist richtig bitch. Okay. Ich denke, wir gehen jetzt wieder in den Waffenmenü. Was das Dumme ist gerade im Leben? Nee, nee, nee. Dass wir immer ausschalten müssen, weil hier gibt es keinen Knopf im Fullscreen-Modus, wo du, äh, das war ja natürlich super, was ich hier jetzt gemacht habe. So, perfekt. Es gibt keinen Knopf im Fullscreen-Modus, wo du, äh, das, äh, wo du den Dings einmachen kannst. Immer wieder die Auge. Und jetzt, jetzt, er zerpresst den wir jeden. Oder kann ich ihn töten? Mal gucken, ob ich ihn töten kann. Nein, kann ich ihn nicht. Ich schieße einfach durch ihn durch. Bestes Game in meinem Leben. Definitiv. Ja, Piss hat uns wieder eine getötet. Äh, dann spielen wir einfach wieder mit der kleinen Pistole. Keine Ahnung. Ja, okay. Zombie geht zur Seite. Du weißt ganz genau, dass du echt... Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Zombie-Invasion. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sabrina, was machst du hier? Oh mein Gott. Sabrina will Kekse. Oh mein Gott. Okay, sie hat mich getötet. Können die jetzt aufhören. Danke. Okay, ich kämpfe mal ein bisschen mit dem Messer. I don't have a thing, man. Holy shit. I'm already... Holy shit, haben die viel Leben, man. Wahrscheinlich an diesem Modus haben die mehr, mehr, mehr Leben. Also kämpfen wir quasi gegen Zombies. Aber wir haben auch Teams im Zombie. Natürlich, dann tötet mich schon wieder einer. Wieso verliert man die Waffe? Das ist gerade eine Frage. Und ich habe heute ein Video hochgeladen. Das war mit einem Kumpel. Auf, ja, bei Black Ops 1. Und ja, Black Ops 1 Zombies haben wir gespielt. Und jetzt hat es mir Spaß gemacht. Und das komische ist, bei meinem Kanal kommen nur Spiele gerade im Leben. Nee, nee, nee. Bei meinem Kanal kommen gerade nur Spiele. Keine Vlogs und so. Finde ich auch gerade komisch. Aber ich habe halt so mehr Bock auf Spiele gerade. Dann kommen vielleicht später mal wieder Rags oder ein paar andere Games, was ich, äh, ja auch, glaube ich, schon jetzt sagen könnte, dass ich das wieder machen werde. Die Vlogs. Vlogs werden definitiv kommen. Ist ja bei jedem so. Also von daher, stopp, bitch. Das ist richtig. Oh mein Gott. Waaah. Ja, der hat uns sowas von zerbritzelt. Keine Ahnung. Ja, wir fliegen da einfach rum. Okay, springen wir hier hoch. Und jetzt anborden wir die alle von hier. Oh mein Gott. Übrigens, mein Freund, der ist, äh, YouTube. Ihr könnt ihn gerne abonnieren. Keine Ahnung. Ich verlinke ihn mal hier rein unter die Comments. Da könnt ihr den anklicken. Und ihn mal schön abonnieren. Er ist zwar, äh, noch kein Video auf seinem Kanal, aber. Wird er auch bestimmt hochladen. Oh mein Gott. Waaah. Er hat mir gesagt, dass er GTA 5 online machen würde. Oder GTA 5 normal. Keine Ahnung. Ich weiß ja nichts von ihm. Er macht definitiv GTA 5. Warte mal. Können wir ein Zombie? Können wir als Zombie spielen? Das, das, das frage ich mich gerade wirklich. Wenn nicht, dann nehme ich mal kurz, ja, okay, können wir nicht. Aber wir sind jetzt ein Terrorist. Okay. Definitiv. Bester Terrorist in meinem Leben. Ja, 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 definitiv. Das ist halt dein Fress, Alex. Danke nochmal an deinen Support an dieser Serie gerade im Leben. Nee, 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 nee. Halt, dass du auch schreibst, dass ich weitermachen soll mit, äh, C-Sportable. Danke nochmal. Nee, nee, nee. Äh, ja. Also ich mache halt definitiv weiter, weil, C-Sportable, keine Ahnung. Es ist ein Spiel, was kostenlos ist. Es sieht auch voll scheiße aus, das Spiel. Aber, äh, ja, das ist halt ein Spiel, das, das kann Spaß machen, aber es hat nicht die beste Grafik, okay. Es kann, es macht Spaß, wirklich. Aber, äh, Grafik ist hier nicht so der Spaßvormacher. Also die Grafik ist hier wirklich echt schlecht. Man kann aber damit leben, kann man so, ehrlich so gestehen, zu sagen. Ja, ich bin schon wieder tot. Das funktioniert ja super. Okay, da fliegen die Zombies. Flieger! Das ist richtig Bitch. Hä, mein, hä? Ich kapiere den Sinn gerade nicht, egal. Hoch! Okay, wir haben, keine Ahnung. Oh mein Gott, da kommen welche. Da kommen welche. Wieso darf ich nicht nach oben? Ich verliere ganze Zeit Schaden. Ja, das hat auch super geklappt. Und jetzt versuchen wir mehr Zombies zu ermorden und mehr Geld zu bekommen. Selbst Monatenteel, was? Oh mein Gott! Alter, ein ganz Magazin reicht nicht für das Zombie. What the fuck? Sterb dich, Herr Zombie! Holy shit, Alter! Du brauchst die zwei ganzen Magazine, um die zu ermorden, ey. Da kann man sich ja schon freuen, ne? Heavy TF. Boah, wenn ich die Waffen switche, guck mal. Oh ja. Oh ja. Oh, Pico will der Pistazia. Okay, scheiß drauf. What the fuck? Okay, weiter geht's. Versuchen wir trotzdem die Zombies zu ermorden. Ja, okay, die Weißen sind immer schwach. Genau wie die Schwarzen hier. Ne, ne, ne. Schwarzen sind auch schwach. Das soll nicht rassistisch sein. Ne, ich bin kein Rassist. Ich bin ein Affe. Was? Er mordet ihn! Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir sterben oder sowas. Ne, ne, ne. Oh, wir können auf die Steine? Sag das doch, Mann! Bäh! Das ist Bitch, mein Lieber. Wow! Okay, der fliegt in die Luft. Da kommt Sabrina. Sabrina, verbiss dich! Oh mein Gott! Sie kommt hoch! Nein! Wir machen mit dem Salto. Wow, bester Salto in meinem Leben. Definitiv. Wir haben bestimmt Ballett getanzt. Letztens. Wett ich mit euch. Guck mal, wie wir fliegen können. Freaker! Bestes Ballett in meinem Leben. Definitiv. Okay. Mein Team Zombie greift sie an. Wieso greift sie nicht an? Der will mich ermorden. Holy shit. Amort den Zombie! Headshot Bitch, das ist richtig. Okay, ich will noch 100 Euro haben. Definitiv. Also muss ich noch einen Zombie töten. Ja, 100 Euro. 100 Euro erreicht. Würde ich mal so ganz ehrlich gestehen sagen. Und ja, Vlogs kommen auch bald. Also, keine Sorge. Alles gut. Gut. Ja, ja. Scheiße, Mann. Wow, die fliegen hoch. Wir sehen uns morgen wieder, okay? Wenn du auf mein Dach landest, okay? Was? Und ja, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Unterstützung, würde ich mal so sagen. Nee, nee. Yeah! Der fliegt in die Sonne rein. Episch! Ja! Der will jetzt ermordet, weil er die Sonne reinfliegt. Definitiv. Beste Sonne im Leben. Definitiv. Okay. Jetzt ist die Frage, sollen wir wieder auf einen Stein gehen? Schon lange? Ja, okay. Die bekommen halt nicht einmal schnell, weil das halt normale Menschen sind. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Und wir gehen jetzt auf den Stein, weil ihr kein Sorge mehr umkommt, denke ich mal. Sabrina! Komm nicht auf dumme Gedanken, Bitch. Das ist richtig. Oh, shit! Okay. Nee, die kann Ballett. Das wissen wir jetzt alle. Oh. Die kann das echt. Also, ihr müsst Angst haben vor Sabrina. Sie will euch töten, wisst ihr das alle. Wenn ihr das jetzt guckt, Sabrina will euch alle töten. Genau wie ich. Was? Ich will euch nicht töten, okay? Das war nur Spaß. Keine Sorge, alles wird gut. Nee, nee, nee. Ihr habt die Kämpfen da unten schön. Ich würde sagen, ich beende den Part mal gleich. Denn, äh... Oh mein Gott. Äh, als Info. Meine, äh, dieses Portable Parts gehen nur 10 Minuten. Als, äh, kleines Tipp, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Nee, 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 nee. Und ja, es sind schon 11. Also, würde ich mal sagen, ciao, Leute. Äh, wir sehen uns bis morgen und... Tschau. Tschau.